Hallo und herzlich willkommen beim Übungsvideo zum Thema Differenzieren. In diesem Video werden wir drei verschiedene Funktionen gemeinsam differenzieren. Los geht's! Wir starten mit der Funktion f von x ist gleich 1 durch Tangens von x² und wollen ihre Ableitung f' von x berechnen. Dazu schreiben wir die gegebene Funktion etwas um. Tangens von x kann man auch mit Hilfe von Sinus und Cosinus ausdrücken, nämlich Tangens von x ist gleich Sinus von x durch Cosinus von x. Tangens von x² ist somit Sinus von x² durch Cosinus von x². Der Ausdruck 1 durch Tangens von x² kann somit auch als Cosinus von x² durch Sinus von x² geschrieben werden. Wir schreiben f von x ist gleich 1 durch Tangens von x² ist gleich Cosinus von x² durch Sinus von x². Bevor wir mit dem Differenzieren loslegen können, machen wir uns noch kurz über den Definitionsbereich von f von x Gedanken. Erinnerst du dich noch, worauf wir beim Definitionsbereich einer Funktion achten müssen? Da wir durch Sinus von x² dividieren, muss dieser Ausdruck unbedingt ungleich 0 sein, da wir sonst durch 0 dividieren würden. Da Sinus von x gleich 0 ist für x gleich n mal pi mit n Element aus den ganzen Zahlen ist Sinus von x² gleich 0 für x gleich Wurzel aus n mal pi. x muss also ungleich Wurzel aus n mal pi mit n Element aus den ganzen Zahlen sein, damit die Funktion f von x definiert ist. Nun geht's ans Differenzieren. Betrachte die Funktion f von x genau. Welche Ableitungsregeln werden wir brauchen? Wir sehen einen Bruchstrich und denken sofort an die Quotientenregel. Für zwei differenzierbare Funktionen u von x und v von x lautet die Ableitung von u von x durch v von x u' mal v von x minus u von x mal v' durch klammer auf v von x klammer zu zum Quadrat. In unserem Beispiel ist u von x gleich Cosinus von x² und v von x gleich Sinus von x². Wir suchen also die Ableitungen u' von x und v' von x. Um diese berechnen zu können, verwenden wir die Kettenregel. Seien h von x und j von x zwei differenzierbare Funktionen, dann lautet die Ableitung von h von j von x gleich h' von j von x mal j' von x. Umgangssprachlich sagt man auch äußere mal innere Ableitung. u von x ist gleich Cosinus von x². Wir setzen h von x gleich Cosinus x und j von x gleich x². Dann können wir u von x als h von j von x schreiben. Die Ableitung von Cosinus x ist gleich minus Sinus x. Das ist unsere äußere Ableitung. Und die Ableitung von x² ist gleich 2x, die innere Ableitung. u' von x ist also gleich minus Sinus von x² mal 2x. v von x ist gleich Sinus von x². Berechne die Ableitung v' von x selbstständig. Wir vergleichen danach. Wir setzen h von x gleich Sinus von x und j von x gleich x². h' von x ist somit Cosinus x und j' von x ist gleich 2x. Wir erhalten v' von x ist gleich Cosinus von x² mal 2x. Jetzt müssen wir nur noch richtig in die Quotientenregel einsetzen. f' von x ist gleich u' von x mal v von x. Das ergibt eingesetzt minus Sinus von x² mal 2x mal Sinus von x² minus u von x mal v' von x. Also minus Cosinus von x² mal Cosinus von x² mal 2x durch v von x zum Quadrat, was eingesetzt Sinus² von x² ergibt. Eigentlich sind wir hier fertig. Aber besonders ansprechend sieht dieses Ergebnis nicht aus, oder? Es lohnt sich, noch etwas Arbeit zu investieren, um unser Ergebnis zu vereinfachen. Wir erkennen im Zähler den gemeinsamen Faktor minus 2x und heben diesen heraus. Das ergibt minus 2x mal Klammer auf. Wenn wir minus 2x herausheben, bleibt im Zähler Sinus mal Sinus, also Sinus² von x² plus Cosinus mal Cosinus bzw. Cosinus² von x² stehen. Bruchstrich. Der Nenner bleibt gleich. Sieht schon besser aus. Fällt dir noch was auf, was wir vereinfachen können? Sinus² von x plus Cosinus² von x ist gleich 1 für alle x aus den reellen Zahlen. Wir erhalten als Ergebnis F' von x ist gleich minus 2x mal 1 durch Sinus² von x² ist gleich minus 2x durch Sinus² von x². Ich empfehle dir solche Ableitungen mit einem geeigneten Rechenprogramm oder Taschenrechner nachzurechnen, aber Vorsicht bei Winkelfunktionen. Diese können oft auf mehrere Arten aufgeschrieben werden. Das haben wir uns bereits zu Beginn beim Tangens überlegt. Unser Ergebnis könnten wir zum Beispiel auch mit dem Cosecans, abgekürzt CSC, schreiben, weil CSC von x gleich 1 durch Sinus² von x ist. Zum Abschluss dieses Videos betrachten wir noch zwei weitere kurze Beispiele. Sei mit g von x gleich e hoch 3x eine Exponentialfunktion gegeben, deren Ableitung wir berechnen wollen. Wir benötigen zum Ableiten wieder die Kettenregel. Außerdem müssen wir die Ableitung von e hoch x wissen. d nach dx von e hoch x ist gleich e hoch x. d nach dx ist eine andere Schreibweise für Ableitung, die du vielleicht schon kennst. g' von x ist gleich äußere Ableitung e hoch 3x mal innere Ableitung 3. Für die innere Ableitung differenzieren wir 3x, was 3 ergibt. Wir erhalten als Ergebnis 3 mal e hoch 3x. Zum Schluss betrachten wir die Funktion h von x ist gleich ln von 2x². Da der ln von 0 nicht definiert ist, setzen wir voraus, dass x ungleich 0 ist. Für die Ableitung verwenden wir wieder einmal die Kettenregel. Und wir brauchen natürlich auch die Ableitung des natürlichen Logarithnus. d nach dx von ln x ist gleich 1 durch x. h' von x zu berechnen ist bestimmt kein Problem für dich. Habe ich recht? Für die äußere Ableitung leiten wir den ln ab, was 1 durch 2x² ergibt. 2x² ergibt abgeleitet 4x, was unsere innere Ableitung ist. h' von x ist also gleich 1 durch 2x² mal 4x ist gleich 2 durch x. Wir sehen uns im nächsten Video.